Also, Dead Cells, mega geiles Spiel. Zocken wir auf jeden Fall öfters, weil wie gesagt, für den Stream mega geil, wenn man ein bisschen WoW-lastig ist. Also zwischendurch ein bisschen was anderes. Finde ich ganz, ganz geil. So, fliegen mir die Ohren weg, ey. Okay. Strand von Wuppmana. Du bist ja neuer Postmeister. Ich bin froh, ja, 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 Postmeister. Wofür war die denn hier? Achso, hier. Du musst das alte Postmeister abzeichen. Du musst es Nimm, den Übersetzer geben. Achso, der heißt Nimm, alles klar. Wo geht's jetzt hin? Geh nach da oben. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Was ist das denn? Eine Karte der Insel Mokumana drücke, um sie aufzurufen. Okay. Kann ich auch irgendwie... Ah! Ah, das ist ja wie Flipperall. Was macht das hier? Nix. Speichern. Okay. Jo, jo, jo. Nicht so schnell hier. Bin ich mir der Jüngste. Hallo? Ah, ich brauche jetzt 30 Stück von den Dingern. Wie komme ich denn da hoch? Oh, jo. Meiner, hey. Das hat mich aber jetzt gerissen, ey. Ja, was ist mit Ihnen denn kaputt? Saftige Buchtpilze. Okay, gut. Aber vorher komme ich an ihm nicht vorbei. Okay, gut. Die Frage ist natürlich, wie... Ach, ich kann auch die Bubbles hier benutzen. Kann ich mich auch da irgendwie hochschießen? Nee. Nee. Okay, das ist natürlich ganz prekär. Ah, ja. Sehr schön. Jo. Was ist das denn für ein Flipperautomat hier? Du, 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 du. Mir hat nicht gereicht. Okay, da geht's. Ich muss genau da oben hoch. Und... Ah, Mann. So, jetzt aber. Das gibt's doch nicht. Ach, leck mich doch. Wie der Käfer da hinterher gezogen würde. Ich gehe wieder zu früh. Ja, ja. Geht doch. Oh, nicht zurück. Ach, nee. Der Käfer, ey. Der macht mich fertig. Ah, ich drück ganz her die ganze Zeit. Sag mal. Okay. Ich merke mir das jetzt. Das ist gelb. Ja, gut. So. Blau. Das ist gelb. Gelb, 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 gelb. Jo. Okay, da geht's wieder runter. Äh. Was ist hier los? Okay, er ist am Schlafen. Damit kann ich noch nicht interagieren. Okay, hier. Das kann ich aufmachen. Perfekt. Gibt's hier Schönes. Betröte? Was soll ich denn damit? Lärmmacher. Es ist kein Posthorn, aber es wird schon reichen. Drücke X, um mit deinem Horn Aufmerksamkeit zu erregen. Also was nervig ist. Ach, guck mal. So kriegt man die auch wach, ja? Perfekt. Überhaupt nicht nervig. Man kann ja hier mit allem echt interagieren, ne? Oh Mann, du. Jo. Muss ich ihn hier freischalten? Geht's irgendwie weiter? Ja, ne? Okay, gut. Jo, wo geht's denn jetzt hin? Hallo. Ach, guck mal, da komm ich zum Pilz. Perfekt. Komm ich auch in dem Arschloch vorbei, da hinten. Das ist genau da oben hoch. Noch mal ganz in Ruhe. Flipperweltmeister gewesen, früher. Jo. Nein! Ach, komm. Na. Ach, Mist. Ach, Mist. Ne, jetzt aber. Ja. Gut, zweit haben wir. Ne. Da haben wir den Pilz. Level 1 erreicht. Ne, aber das ist ein geiles Spiel, gar keine Frage. So von der Aufmachung her, aber ist nicht so meins. Für 3 Euro kannst du nicht meckern. Definitiv nicht, aber ist nicht so. Da hat mir Dead Cells schon mehr gebockt. Ah, warte, ich muss mal zurück. So, jetzt. Kannst du hier mit allem interagieren. Ah, okay, man kann mit dem Teleskop weitsichtig gucken. Alles klar. Aber da habe ich alles weggenommen, da auch. Also können wir jetzt eigentlich runter zu dem Kollegen Schnürschuh. Diese Tröte geht mir auch mega auf. Das ist ja so. Wir geben dem mal seinen Pilz. Ah, hier ist eine Kiste. Sehr schön. Bezielen? Ja, perfekt. Uh. Ah, wer ist Ellen? Hast du mir geschickt? Ich gucke gleich mal. Weil ich bin gerade nicht ins Team eingeloggt am PC. Ah. Ich will ja nicht hoch. Ah, warte, hier komme ich auch runter. Perfekt. Kleine Käfer mit der dicken Kugel. Auch nicht schlecht. Ah, Mist. Ah, guck mal, hier komme ich runter. Kann ich das vielleicht kaputt nehmen? Ne, auch nicht. Schade. Ah, guck mal, hier komme ich nachher. Perfekt. So, Kollege. Ja, ich habe deine Köstlichkeiten. Komm, nimm den Pilz. So, jetzt bin ich auch weg. So, jetzt gehst du aber auch weg hier. Ja, danke schön. Ach, damit kann man auch alles kaputt machen. Sehr gut. Ah. Jetzt muss ich mich nur komplett zurückrollen lassen. Ui, was ist das? Den muss ich nämlich einsammeln. Hier, den Kollegen. Okay, damit kann man nicht interagieren. Noch nicht. Okay, hier ist das zweite. Okay, einen brauchen wir noch. Drei Stück immer für eine Tür. Okay, gut. Das war relativ easy. Die Frage ist jetzt natürlich, komme ich da jetzt wieder hoch? Ah, okay, gut. So, hier war ja klar. Dann hier rüber. Das, nee, das Game ist überhaupt nicht, Ori ist mega. Also, Ori ist richtig geil. Ist von der Auf, sieht von der Aufmachung her so aus, aber Ori erzielt eine richtig, richtig geile Story. Richtig, richtig geile Story. Habe ich mir auch überlegt, das nochmal für den Stream hier zu holen, aber ich habe schon mehrmals gespielt, beide Teile. Uri ist halt wirklich, von der Aufmachung her auf jeden Fall wie Ori, aber die Story war einzigartig, finde ich, für so ein Spiel in Uri. Ohne Flipper-Effekt. Oh, 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 oh. Diese Tröte ist ein bisschen nervig. Okay, jetzt ist die Tür aber auf, ne? Ja. Aber da musst du auch erst mal drauf kommen, ein Spiel einfach so hinzukriegen, dass es eigentlich nichts, oh, nichts anderes ist als ein Flipper in 3D. Oh, ich will die eine Banane noch haben, Kinder. Boah, ich triff immer das Ding, ey. Mann, entweder, das gibt's doch nicht. Jetzt, perfekt. So, jetzt haben wir hier alles, ne? Ich komme jetzt wieder hier raus, gar nicht. So, ich brauche den einen noch da oben. Perfekt, habe ich. Der andere ist jetzt da. Okay, gut, jetzt komme ich hier raus. Nee, immer nur nicht. Brauche ich den. Perfekt. Oh, Gott. Jetzt geht's auf. So, da muss ich bestimmt ein paar Mal gegen Donnern. Ah, auch noch ein Dreimal. Wo ist er hin? Oh, nee. Aber schon geil mit diesem Flipper-Aspekt, ne? Finde ich schon, äh, nicht schlecht. Über den Wolken. So. Ja, warte. So, jetzt bin ich da. Jetzt haben die Hesen hier für mich toll gemacht. Danke. Ja, sehr gerne. Haben wir die Bananen. Hier geht's doch wieder zurück, oder? Was kann ich mit denen eigentlich machen? Was ist das? Diese komische Wurzel soll Glück bringen, wo auch immer sie gefunden werden. Dann hebe ich mir die mal auf. Kann ja auch tauchen. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wie kann ich die denn aktivieren? Wie kann ich Go nicht aktivieren? Perfekt. Für den Geldbeutel passen 150 Früchte rein. Was ist das? Das ist das Abzeichen. Aber ich kann es nicht aktivieren. Bienenlinie. Vielleicht noch ein bisschen mehr draufholzen hier. Nee, höher komme ich nicht. Ja, aber der kann ja nicht schwimmen hier, der Kollege Schnürschuh. Und die bringen mir auch kein Glück. Toll. Ja, dann gehen wir mal unten lang. Okay, er speichert auf jeden Fall. Scheint hier weiter zu gehen. Aber hier war ich doch schon, oder? Bin ich verrückt. Ja, hier war ich doch vorhin schon. Aber das ist jetzt natürlich ganz prekär, ne? Links. Wie links. Meinst du hier weiter? Aber hier war ich, hier bin ich ja hergekommen. Und hier war ja diese komische Schlange, die ich füttern musste. In die Höhle. Guck mal. Achso, da links. Du meinst ganz links. Ja, nee, da bin ich ja wirklich hergekommen. Es kann nur oben weitergehen. Hier ist auch ein Speicherpunkt. Und hier war ich noch nicht. Und hier ist auch ein Pfeil. Da scheint es auch weiter zu gehen, nur ich kann hier nichts machen. Nee, hier war ich ja auch. Hier geht es weiter. Okay, dann rechts rum. Alles klar, gut. Nee, alles klar. Dann geht es da weiter. Hier war ich nämlich noch nicht. Das ist ja der dicker Hummel für mich. Einfach nicht durchgelesen. Jo. Okay. Muss ich jetzt runter? Hey, wir sind ja ein ziemlich gutes Team. Ja, finde ich auch. Aber ich kann ihn nicht benutzen zwischendurch, ne? Freund gefunden. Er scheint nur zufällig. Äh, nur zufällig in Blasen und blockiert dornige Gruben. Okay. Oh, ich warte. Erst mal hier hoch. Ah, ich habe nicht genug. Schade. Gorilla-Wälder. Großer Affe. Oh, ich habe leider nicht genug. Oh, jo. Das ist immer ein großer Affe. Ja, dann müssen wir erst mal ein paar Orangen sammeln. Mal 80 Stück brauchen, ja? Das ist nicht gerade wenig. Aber ich kann den hier leider auch nicht aufmachen. Den Kollegen Schnürschuh. Geht es hier weiter oder falle ich jetzt hier irgendwo runter? Okay, okay, alles klar. Dann geht es mal hier weiter. Ist das nicht derselbe Weg eben? Ja, hier kam ich doch schon her. Ach, Mann. Nur Karte aufmachen. Ich muss irgendwie da hochkommen. Aber wie komme ich da hoch? Komme ich hier drüber hoch? So, da bin ich mit dem kleinen Kack. Das katapultiert mich nur wieder zurück. Muss hier hoch. Nur die Frage ist, wie? Ich gucke mal kurz, was. Der Käfer mir hinterher gezogen wird. Kam ich hier irgendwie hoch? Nee, das katapultiert mich wieder nach unten. Nee, schade. Dann muss ich wohl doch irgendwie da drüber. Hier war das, hier war auch nix, ne? Hier ist noch eine Blüte. Eine Zue. Weil hier komme ich ohne die Dinger nicht hoch. Und ich brauche noch 20 Stück. Das heißt, in der Blüte hier könnten ja 20 Stück drin sein. Bei meinem Glück natürlich nicht. Okay, gut. Jo, 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 alles klar. Okay, damit kann ich gar nix machen. Ich habe gedacht, ich kann mit dem Ding interagieren. Ach, das zieht mir sogar die Dinger ab. Miss. Ja, ich muss da irgendwie hoch. Aber ohne die Dinger bringt es halt gar nix, ne? Wie gesagt, da komme ich nicht hoch. Kann ich hiermit irgendwas machen? Mit dem Briefkasten? Nein. Das ist ein Gap World Upgrade bekommen. Jetzt passen 200 Früchte da rein. Aber den kann ich nicht auswählen. Ah, hier komme ich auch nicht mehr weiter. Oh, 21. Ah, okay. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Alles klar. Verstanden. Wie die Dinger einfach kaputt machen. Ja, guck mal. Jetzt komme ich da hoch. Alles klar. Okay. So, dann gucken wir mal kurz. Okay, da geht es noch ein gutes Stück weiter. Aber wie komme ich da hoch? Ich muss das noch freischalten. Okay. Dann sammeln wir erstmal kurz hier ein bisschen. Okay, hier muss ich dreimal rein quasi. Oh. Nein, 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 nein. die frage ist natürlich wie komme ich da oben weiter okay geht das hoch Das heißt jetzt erstmal schön da hocharbeiten. Gehen wir erstmal hier weiter, oh wer ist er denn? Pass auf du bist in meinem Weg, er will nicht mehr als mich warnen. Wie gesagt die Dinger kann ich hier nicht auswählen, das ist halt blöd. Dann gucken wir mal ob wir hier weiter kommen. Oh jo! Nein, hast du das gedrückt? Okay. Mann ey geht das schnell. So, ich kann es mal abspeichern hier. Schön ist in der Kiste drin. Nochmal ein Frühstückkorb. Der 250er Upgrade. Was ist hier? Ach dafür brauche ich jetzt 10 von diesen, wie heißen die Dinger denn? Weidlingen. Hier ist noch einer. Ach nee, jetzt bin ich wieder unten. Mist. Gehen wir nochmal hoch. Da komme ich dann am besten hier drüber, ne? Ah Mist. Der kann ja leider nicht springen, ne? Och Menno, warum komme ich denn da nicht hin? Ich will da hin. Ich will aber da hin. Ich versuch's noch einmal. Ne, alles klar. Dann halt nicht. Ojo, wer ist er denn? Was ist das? Du hast ein Postabzeichen. Dann bist du garantiert der neue Postmeister. Ja, ja. Warte, 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 warte. Das Herzblut unserer Insel verlieren und bricht alles zusammen. Bei Angriffen heute Morgen wurde man mit dem Zeichen des Göttermordes. Brandmarkt. Das ist Chewbacca oder was? Okay gut, Postabzeichen haben wir weggebracht. Riesen-Level-Design. So, das ist verschlossen hier. Auf der Suche nach Antworten bei den großen Wasserfällen. Okay, gut. Dann guck ich mal. Ne, geht's hier nur runter. Dann gucken wir uns mal die großen Wasserfälle an, wenn ich die finde. Seitdem natürlich vorausgesetzt, ne? Aber ich komm hier nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier weiter. Ich muss da erstmal ein paar Dinger einsammeln. Aber hier gibt's grad nichts zum Sammeln, ne? Ne. Außer hier unten vielleicht. Da können wir mal gucken. Huh? Oh, erstmal ein...